Wer jetzt schon an die Skitouren-Saison denkt, der muss noch ein bisschen warten. Aber heute schon habe ich im Test eine Kollektion für genau dieses Thema. Aber nicht nur Skitouren, sondern schlichtweg fürs kalte Bergsteigen. Aber mehr dazu gleich. Herzlich willkommen bei einem neuen Testbericht. Heute nehmen wir von der Marke Carpos eine Kollektion auseinander, schauen uns an, für wen und wen nicht das Zeug Sinn macht und ob die Italiener hier einen Fiat oder vielleicht noch einen Maserati entwickelt haben. Zuvor kurz der transparente Hinweis. Die Midichell-Kollektion, also Jacke und Hose, um die es jetzt gleich geht, wurde mir für den Test von Carpos zugeschickt. Ich bekomme dafür aber kein Geld, aber die Produkte, um sie zu testen. Meine Meinung beeinflusst das nicht, auch Carpos war damit vollkommen einverstanden, dass ich das Zeug nach allen Regeln der Kunst auseinandernehme. Ob das notwendig ist und war, das werden wir jetzt gleich sehen. Die Carpos Midi-Kollektion machen als Kombi, also Jacke und Hose, eigentlich am meisten Sinn zu testen. Ob man letztlich jetzt wirklich beides zusammen braucht, ist aber natürlich individuell. Aber ich dachte mir, dass wir das alles in einem Video unterbringen können. Zuerst mal zu den harten Fakten. Das ist bei Hose und Jacke, Jacke wie Hose, denn das Außenmaterial ist das gleiche. Wir haben 100% Polyester verarbeitet mit stolzen 20.000 mm Wassersäule und einem MVTR-Value von 15.000, so sagt es zumindest Carpos. Insgesamt sind es drei Lagen und es ist eine Pertex-Membran, beziehungsweise eben Pertex-Shield-Revolve, soll heißen PFC-frei, das kennt man ja, und zu 100% recycelt, was ich schon mal sehr, sehr gut finde. Die Hose kommt, genauso wie die Jacke, mit zwei Belüftungsschlitzen daher. Die Hose hat drei Taschen, zweimal oben, einmal am Oberschenkel. Die Jacke hat zwei Außentaschen und zwei Innentaschen. Die Jacke verzichtet auf Bauchtaschen, was Vor- und Nachteile hat. Dazu aber gleich nochmal mehr. Die Hose ist in ihrer Weite einfach anpassbar. Das heißt, sie kann enger gestellt werden an den Enden, je nachdem, welche Schuhe man eben anhat. Und seitlich kann sie an der Hüfte dann auch nochmal angepasst werden. So, das mal zu den jeweiligen langweiligen, nein, stopp, harten Fakten. Aber ob die Hose und die Jacke wirklich auch mit ihrem Klimbim überzeugen konnten und ob das alles preislich gerechtfertigt ist und was es sonst doch so im Sinne der Erfahrungen damit zu sagen gibt, dazu jetzt mal mehr. Also gut, wir haben jetzt hier zwei Teile. Ich würde sagen, wir fangen erst mit der Hose an. Weil so ganz ohne Hose ist das Leben dann doch eher, naja. Fangen wir oben beim Bund an. Wir haben beim Bund eine kleine Verstärkung, so einen kleinen Plüsch. Den Einsatz finde ich super, weil ich persönlich bin ein Mensch, der oftmals seine Hose an der Haut spürt. Und wenn das rau, kratzig ist, das Außenmaterial beispielsweise wäre, dann wäre das sehr ungut. Wird aber oft so gelöst aus, ich sag jetzt mal, Budgetgründen. Und deswegen finde ich es schön, dass man hier eben nicht auf irgendeine Budgetlösung gesetzt hat, sondern hier schöne Verstärkung, gefällt mir sehr gut, zeugt von Hochwertigkeit. Verschluss vorne ist nichts Besonderes. Es sind zwei metallene Druckknöpfe, vernietet. Der Reißverschluss für die Hosenbestallung ist sehr, sehr feinzahnig. Feinzahniger, als ich das von anderen Hosen kenne tatsächlich. Aber dadurch geht er halt auch einfach sehr leicht. Aber er geht Gott sei Dank nicht freiwillig, ohne mein Zutun auf oder zu. Wir haben hier am Bund zwei Verstellmöglichkeiten. Die haben einen supergeilen Klettverschluss. Die haben sich nämlich dafür entschieden, einen teureren Klettverschluss zu nehmen, als einfach den billigsten, den man so finden kann. Looking at you, fast alle anderen Hersteller. Das ist ein cooler Reißverschluss, denn das Hook-and-Loop-System, das dieser Klettverschluss, nicht Reißverschluss, dieser Klettverschluss verwendet, hat einen besonderen Namen, der mir jetzt nicht einfällt. Die Hooks sind nicht so rau. Die sind nicht so, man bleibt damit nicht so hängen. Also man bleibt generell an Material damit nicht so leicht hängen. Das ist ganz angenehm. Aber vor allen Dingen, diese Loop-Geschichte ist ganz flauschig. Das fühlt sich an wie so ein Fließstoff. Man kennt das von billigeren Klettverschlüssen, dass die einen eher so rauen, kratzigen, harten Loop-Bereich haben und so einen ganz, ganz steifen, ekelhaften Hook-Bereich. Das sind sehr günstige Klettverschlüsse. Hier hat man teurere gekauft. Ich meine sogar zu wissen, von welcher Firma die das bezogen haben. Aber das wäre jetzt nur Spekulation. Die Dinger halten auch bombenmäßig. Das einzige Problem an diesem Hook-and-Loop-System ist, im Vergleich zu günstigeren tatsächlich, man muss die fest anpressen. Tut man das nämlich nicht, dann gehen sie relativ leicht wieder auf. Ich kann das mal vorzeigen. Ich lege die jetzt einfach mal nur so gemütlich da drauf. Und habe jetzt quasi meine Bundverengung ist das ja. Und wenn ich dann einmal... Nein, Moment, hier. Oh, das hat sogar... Oh. Ja. Man hört es schon knistern. Das ist halt nicht so gut. Wenn man es aber fest anpresst, dann hält es ganz gut. Ich weiß das, weil ich muss das selber ein bisschen verstellen. Das hier ist Größe S. Mehr Größe S von Haus aus nicht so gut gepasst. Ich musste den Bund auf jeden Fall anpassen. Nicht viel, Gott sei Dank. Aber ich bin auch nicht extrem schlank. Ich bin schlank, aber jetzt nicht extrem schlank. Aber es gibt auf jeden Fall noch Spielraum. Einziger Nachteil ist, man muss wirklich den kompletten Hook-Bereich hier auf diesen flauschigen Bereich drauflegen. Also wenn ihr so dünn seid, dass ihr quasi nur noch eine Teilstrecke davon hier drauf bringt, dann wird euch das nichts mehr bringen. Denn das hält dann eben einfach nicht mehr. Ist aber nicht unbedingt ein Todesstoß für die Hose. Denn ihr habt trotzdem Schlaufen, dass ihr überall auch einen Gürtel einhängen könnt. Ganz normal, wie bei jeder normalen Hose. Ziel des Spiels ist aber natürlich, dass man keinen Gürtel braucht. Ist logisch. Kommen wir zu den Taschen. Wir haben zwei Haupttaschen. Die sind mit großzahnigen, also groß, ich glaube das sind Fünfergrößen, Reißverschlüssen ausgestattet. Hochwertige Reißverschlüsse. Und ich finde die geil. Ich finde die richtig gut. Ich finde die könnten Hersteller grundsätzlich viel öfter verbauen. Denn diese Teile, kurzer Reißverschluss, Exkurs, sind robust ohne Ende. Die Dinger kannst du wirklich 2, 3, 4 tausend mal auf und zu machen. Sie werden dir nicht kaputt gehen. Kriegst du nicht hin. Das finde ich super geil. Einziger Nachteil, deswegen haben sie auch diese kleinen Garagen hier. Sie lassen sich am Ende nicht dicht verarbeiten. Das heißt du hast hier oben ein kleines Loch und hier unten ein kleines Loch. Und deswegen machen die Hersteller dann immer so eine kleine Tasche drüber. Damit der Schieber dann da reinrutscht und sich da drin nicht verhakt. Die Taschen sind geräumig und groß genug, dass man alles einstecken kann, was man will. Telefon und Co. Einziger Nachteil von diesen großzahnigen, super robusten Reißverschlüssen ist halt nun mal, dass sie nicht so leicht auf und zu gehen. Was verdammt nervig ist, wenn man sein Telefon gerade eingesteckt hat und den Reißverschluss zumachen will. Mit der einen Hand sich aber gerade irgendwo festhält. Die andere Hand dann versucht den Reißverschluss zuzumachen. Und dabei das komplette Hosenbein nach oben heben. Das ist nervig. Es geht schon mit einer Hand. Es braucht aber ein bisschen Übung. Ne, ist nicht so geil. Aber kein Vorteil ohne Nachteil. Es ist halt schwierig jetzt zu sagen, ach das haben sie scheiße gelöst. Das ist nicht ganz so. Weil ich finde großzahnige Reißverschlüsse besser. Ich nehme diesen mangelnden Komfort hin, damit ich die Langlebigkeit habe. Das Ding ist halt, diese Reißverschlüsse sind gebaut für die Ewigkeit. Im Vergleich zu kleintzahnigen Reißverschlüssen, wie es alle anderen Hosen und alle anderen Jacken immer überall verbaut haben. Und so auch Carpos bei allen anderen Taschen. Das ist nicht so smart. Hätte man auch überall. Egal. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Die Tasche für sich allein ist ein bisschen zu klein. Ich meine, die Frage ist halt immer, wie groß will man es haben. Aber ich bin jetzt hier voll darin. Also ich stehe hier unten an. Ihr seht hier unten auch die Naht. Ein Telefon passt rein. Großes Telefon wird schon schwierig. Und Taschentücher, Portemonnaie, solche starke Schlüssel passt rein. Also, ja, ich meine, ich hätte sie gerne ein bisschen größer gehabt. Man hätte sie auch noch ein bisschen größer machen können. Aber andererseits, manche Leute wollen ihr Zeug nicht so weit unten haben. Und bei einer Oberschenkeltasche rutscht natürlich, wenn die Tasche größer ist, das Zeug nach unten. Was keine Ausrede dafür ist, dass man die schöne Tasche nicht auch auf der anderen Seite auch machen hätte können. Man hätte das doch einfach symmetrisch machen können. Dann hätte ich auf beiden Seiten eine Tasche. Wenn ich lieber mit rechts irgendwas wo rausfische, dann hätte ich auch eine rechte Hosentasche gern gehabt. Genauso wie eine Hecktasche. Hinten an der Luke hätte ich gerne irgendwo noch eine Tasche gehabt. Links oder rechts, vollkommen egal. Aber wenn ich einen Hochtourengurt trage, dann komme ich an diese Taschen dran. Ich weiß, Hochtourenhosen haben das oft nicht. Aber das ist halt auch kein Argument zu sagen, brauchen wir nicht. Hätte man trotzdem machen können. So ist das eben. Wir haben Belüftungsreißverschlüsse. Die Dinger sind komplett dicht. Auch hier wieder mit der kleinen Zippergarage. Auch hier unten wieder ein bisschen anders gelöst dann, weil hier der Schieber einfach unten ansteht. Alles mit zwei Wegereißverschlüssen. Finde ich schön. Man kann sogar so ganz smarte Spielchen machen und dann offen zu offen machen. Ist das dann quasi mehr Zonen-Klima-Automat? Egal. Das war es aber soweit zur Hose oben, zu den Taschen. Die Verarbeitungsqualität von den Taschen. Egal, welche Naht ihr euch anschaut. Zumindest ich jetzt hier bei meinen Testsachen hier. Egal, welche Naht du dir anschaust. Sie ist super verarbeitet. Alles ist nochmal verklebt. Überall, selbst innen. Wenn du dir quasi die Taschen auf der Innenseite der Hose anschaust. Überall ist es schön gemacht. Es ist frech. Ich habe keinen einzigen Fehler gefunden und das hat mich richtig traurig gemacht. Es ist alles gut gemacht. Teilweise sind über den Ecken und über den Kreuzungen der Tapes große Spots drüber geklebt. Das ist auch Tape-Material für euch zur Information. Die haben tatsächlich eine Schwäche. Die sind technisch nicht unbedingt notwendig, denn sie erfüllen nicht so eine Riesenfunktion, außer quasi als Backup zu fungieren. Das Problem ist, man sieht da meistens nicht drunter, aber so wie es aussieht, verläuft das Tape hier gerade drüber. Der Spot wurde drüber geklebt. So als for safety reasons. Der ist leider nicht komplett angeklebt. Also da geht der Kleber runter. Das ist nicht so gut. Das ist wirklich nicht gut. Aber abgesehen davon, Nähte, es ist halt alles schön gelöst. Schauen wir uns noch die Beine an. Von der Passform her, ihr seht die Bilder, ihr wisst ungefähr, wie das Ding anliegen soll. Wir haben zwei, drei, vier interessante Dinge an den Beinen. Zum einen einmal, wir haben hier das typische, was man auch von Skihosen kennt, nochmal so ein kleines Innenleben, das abdichten soll. Das heißt, alles was quasi, kleiner Schneefang sozusagen, alles was reinrutscht, rutscht euch nicht ans Bein und ist nicht kalt. Ganz praktisch, kennt man. Kann man auch nochmal enger stellen, so hier. Mit dem Druckknopf, kennt man auch. Das gleiche gilt für außen. Da haben wir ebenfalls einen Druckknopf. Es ist ein bisschen komisch gelöst, denn, naja, wie soll ich sagen, selbst wenn ich den Druckknopf zumache und die Erweiterung, das hier ist die Erweiterung, um über Skischuhe noch besser drüber zu kommen, das ist ja alles ganz nett gelöst. Aber wenn ich das hier zumache und das hier zumache, ist mir die Hose unten immer noch ein bisschen zu weit, damit sie relativ gut über ganz normale Kategorie D Bergschuhe drüber passt. Da hätte man es noch ein bisschen mehr wegnehmen können. Also wenn man diesen Druckknopf, sie hatten wahrscheinlich ein Platzproblem, sie haben es tatsächlich einfach nur wegen dem Platz nicht mehr noch weiter gemacht. Es ist nicht so schlimm, aber ich würde diese Hose auch gerne ohne Skischuhe verwenden fürs Winterbergsteigen, wenn man beispielsweise mit Schnee schon unterwegs ist oder wenn eben wie jetzt es einfach arschkalt ist, oben in den Bergen beispielsweise oder bald wird, aber vielleicht noch nicht so viel Schnee liegt, dann verwende ich die Dinger ja mit Bergschuhen. Und das ist halt dann lästig, wenn die beiden Hosenbeine immer wieder so, kennt das eigentlich jemand oder geht es nur mir so? Wie auch immer, die Erweiterung kennt ihr, wir schauen uns jetzt noch kurz den Kantenschutz an, der ist ein bisschen komisch. Der Kantenschutz hätte ein bisschen breiter sein können. Er ist, ich glaube aus Designgründen, ich glaube aus Designgründen, ich weiß es nicht, aber ich glaube er ist aus Designgründen da, wo er jetzt ist. Er ist, wenn ich die Hose an habe, ein bisschen zu weit hinten, also er fängt sehr weit hinten an, quasi fast schon auf der Seite der Waden, wo ich weder Kanten noch Steigeisen habe. Und er geht nicht ausreichend weit nach vorne. Das ist komisch. Er ist ausreichend, also er deckt die ganze Seite ab, als Kantenschutz funktioniert er also einwandfrei, aber er geht halt nicht so weit nach vorne, wie ich das gerne hätte. Es ist halt wirklich ein Kantenschutz, es ist kein Steigeisenschutz, wie man das jetzt von Hochtourenhosen üblicherweise kennen würde. Es wird aber halt auch als Ski-Mountaineering-Kollektion verkauft und nicht als Eiskletter-Kollektion. Deswegen, das ist ein Punkt, den kann man bei anderen Hosen machen, die da drauf ausgelegt sind, dass man viel mit Steigeisen unterwegs ist und so weiter. Der Hose kann man den Vorwurf nicht machen. Als Kantenschutz stimmt's, für alles andere stimmt's halt nicht. Die Erweiterung haben wir geklärt, wie gesagt, so sieht's aus, wenn die Erweiterung offen ist. Und das Stück kriegt man im Prinzip dann weg. Wir schauen uns die Jacke an. Bei der Verarbeitungsqualität kann ich nichts anderes sagen, als bei der Hose, was ja auch Quatsch wäre, wenn's anders wäre. Kommt ja wahrscheinlich auch aus dem gleichen Lager. Jetzt fangen wir auch wieder oben an. Gleich bei der Kapuze. Wir haben zwei Einstellungsmöglichkeiten für die Kapuze. Einmal hinten für H und einmal hier an den Seiten am Kragen für H. So. Die kriegt man wieder auf. Also hier, so, diese schöne Teil kriegt man auf, indem man hier auf den kleinen Punkt zielt. Und da ist ein Knopfversteck drin. Dann drückt man drauf und dann geht das Ganze wieder auf. Keine Raketenwissenschaft, aber tatsächlich ist diese Technik noch gar nicht so alt. Es ist noch nicht lange her, da hat man das noch ganz anders gelöst. Da hatte man noch Stopper direkt an den Kordelzügen dran. Und deswegen, diese Lösung ist einfach stylisch. Das hat nichts mit Praktikabilität zu tun. Es ist nicht sicherer, nicht unsicherer, nicht sonst was. Das ist einfach Style und... Ja, kriegt Style-Punkte. Ich bin nicht so der Style-Mensch deswegen, aber kriegt Style-Punkte. Die Kapuze ist also perfekt anpassbar. Sie ist, wenn man sie gar nicht anpasst, natürlich viel zu groß, aber sie ist dafür ausgelegt, dass ein riesiger Wassermelonenschädel, wie ich es einer bin, auch noch einen Helm tragen kann und trotzdem nochmal alles drüber kriegt. Da haben sie gut mitgedacht. Ihr habt an meinen Kopf gedacht. Es ist sympathisch. Wir haben jetzt hier noch eine Besonderheit, die ich besprechen möchte. Zwei Besonderheiten. Erste Besonderheit, machen wir es kurz. Belüftungsschlitze. Super gut gemacht. Von der Länge her perfekt. Nicht zu lang. Geht nicht runter oder hoch bis an irgendeinen lästigen Punkt, wo ich nicht mehr mit der Hand drankomme. Ist zwei-Wege-Reißverschluss. Finde ich auch super. Aber warum nicht? Kann man ja mal machen. Wir haben Brusttaschen. Das ist jetzt eigentlich die große Besonderheit. Und wir haben keine Bauchtaschen. Warum haben wir keine Bauchtaschen? Das hier ist eine Ski-Mount-Neuron-Jacke. Sie ist meinetwegen auch noch für Hochtouren etc. geeignet. Auf jeden Fall. Also nicht nur meinetwegen, sondern auch für das geeignet. Und da tragen wir immer Gurte. Hochtouren-Gurte, Klettergurte, Skitouren-Gurte, whatever Gurte. Was dazu führt, dass uns Bauchtaschen in der Praxis nie irgendwas bringen. Wenn wir etwas darin verstauen und dann den Gurt anziehen, sehen wir das Zeug nie wieder. Wenn wir nichts darin verstauen und den Gurt anziehen, können wir darin auch nichts verstauen. Darum entscheiden sich flächendeckend eigentlich die Hersteller dazu, bei solchen Kollektionen immer auf die Bauchtaschen zu verzichten und dafür großräumige Brusttaschen zu machen. Haben sie gemacht. Finde ich gut. Die Taschen sind wirklich riesig. Also ohne Witz kannst du einen halben Hausrat darin verstauen. Das ist wirklich groß. Hätten sie so groß sein müssen? Ehrlich gesagt nein. Aber warum nicht? Das ist halt auch sowas, da würde ich jetzt auch sagen. Why not? Also kannst du es halt schon mal so groß machen, ob du es wirklich brauchst. Der Hauptpreisverschluss ist übrigens auch zwei Wege, weil ich es vergessen habe zu erwähnen. Es gibt ein paar Dinge, die kann man bei der preislichen Kategorie durchaus auch einfach für voll nehmen, also einfach erwarten. Einfach sagen, wenn das nicht wäre, wäre es traurig. Wenn es da ist, dann ist es gut. Wir haben eine Innentasche aus Stretch. Die hat so einen kleinen Deckel. Der ist komplett offen. Das finde ich ganz cool, weil ich finde die Lösung so kreativ. Ich wäre noch nie selber auf die Idee gekommen, das so zu lösen, aber im Prinzip ist es einfach nur so eine kleine Tasche. Das ist ein Mesh-Gewebe. Ich kann leider nicht gut identifizieren, was das konkret ist. Ich glaube, es ist irgendein Mesh-Gewebe. Das ist ganz cool, weil ich dadurch eigentlich ein bisschen verhindere, dass die Sachen rausfallen. Nicht komplett, aber ich brauche halt keinen Knopf, keinen Reißverschluss, kein gar nichts. Auf der anderen Seite, wenn es wirklich wichtig ist, haben wir hier nochmal genau das gleiche Material, aber mit einem super dünnen Reißverschluss. Mit seitlichem Zugriff. Ich finde das nicht gut. Ich finde das einfach komisch, wenn was einen seitlichen Zugriff hat. Ich verstehe schon warum, weil wenn ich die Jacke aufmache und so etwas auf und zu machen muss, dann ist das immer ein bisschen schwieriger, weil sich da drin ja alles bewegt. Also weil ja quasi die Jacke nicht steif ist und auch nirgends anliegt, weil ich sie ja gerade in der Hand habe. Deswegen ist hoch, runter leichter, weil da dann quasi die Schulter, die Spannung auf die Stelle aufbaut. Ich finde es trotzdem komisch, weil wenn ich das Ding aufmache und ich habe da mehrere Kleinigkeiten drin, fällt halt alles raus. Weiß ich nicht. Finde ich persönlich einfach nicht so schön gelöst. Aber grundsätzlich finde ich es geil, die Taschen sind auch wieder hochwertig verarbeitet. Ich kann, ich wiederhole mich langsam. Und weil ich mich wiederhole, müssen wir die Sache jetzt hier mal abschließen. Die Kapuze ist super geil verarbeitet bei der Jacke. Die Taschen sind alle super geil verarbeitet. Die Größen der Taschen sind geil. Dass es keine Bauchtasche gibt, ist Geschmackssache. Aber aufgrund der Disziplin, für die die Jacke entworfen wurde, ist das auch gut. Alles, was sie so an Material verbaut haben in der Jacke, und das ist mir wichtig, das einfach mal zu erwähnen, ist halt auch sehr qualitativ. Hier wurde halt nicht einfach Schrott genommen, eingebaut, für viel Geld verkauft. Hier wurden halt auch einfach Dinge gewählt, die Reißverschlüsse beispielsweise, gerade die Klettverschlüsse an den Ärmeln, beziehungsweise bei der Hose an der Weitenverstellung, am Bund. Und die kosten halt tatsächlich mehr Geld, als die billige Lösung, sag ich jetzt mal. Deswegen ist das halt beeindruckend. Es ist halt einfach gut. Und das rechne ich sowohl der Jacke als auch der Hose ganz gut an. Und hatte halt auch in der Praxis gemerkt, dass sowohl die Eigenschaften, die die Jacke mitbringt, quasi die harten Fakten, dass die zutreffen und dass das stimmt. Und ich war auch nach 13 Stunden in diesen Klamotten weder unangenehm nass, weil ich das halt durch die Ventilierung ganz gut lösen konnte, noch war mir irgendwann so richtig kalt durch den eisigen Wind. Also tut die Jacke und die Hose alles, was sie soll. Und das mit wirklich qualitativ hochwertigen Komponenten, wodurch ich auch davon ausgehe, dass das ein Teil ist, was ich halt auch nicht so schnell wieder weggeben muss, weil irgendwas kaputt ist oder einschicken muss, was ich immer super nervig finde. Deswegen bin ich alles in allem sehr zufrieden damit gewesen. Okay, die Carpos Midichell ist also gut. Gut, aber wie sieht es jetzt mit dem Preis aus? Die Jacke liegt bei einer UVP von 450 Euro, die Hose bei 390 Euro. Ist das jetzt viel Geld? Ist das Preisklasse Maserati? Also viel Geld ist das, ja. Aber man braucht ja irgendeinen Vergleichswert. Da Carpos bei den ganz Großen mitspielen will, darf man auch die ganz Großen als Vergleich heranziehen. Und das wäre bei Ortovox beispielsweise eine Ortler-Kollektion. Die Westalpen ist etwas steifer, fester, robuster, unbequemer. Die Ortler ist aber ein relativ fairer Konkurrent. Die Ortler-Kollektion kommt auf glatt 1000 Euro, wenn man Jacke und Hose heute kaufen würde. Die Carpos Midichell auf 840 Euro. Das sind 160 Euro Unterschied für alle Bergsportler jetzt hier an der Stelle die Umrechnung. 160 Euro, das sind zwei Friends oder ein Eisgerät im Abverkauf. Sonst versteht das ja keiner. Also ein deutlicher Unterschied bei meiner Meinung nach ebenbürtiger Qualität und Featuredichte. Trotzdem immer noch eine Stange Geld. Zweifellos. Womit wir zum Fazit kommen. Die Carpos Midichell ist bequem, macht einen relativ robusten Eindruck, reguliert die Temperatur ziemlich gut und ist definitiv wasserdicht. Die technischen Daten kommen also einwandfrei hin. Die Passform ist meiner Meinung nach sehr genial, wenn für meine Verhältnisse minimal zu groß. Aber mit viel drunter, wenn es richtig kalt ist, bin ich vermutlich auch froh über die Reserve. Die Features der Jacke sind smart und durchdacht und nicht alle so übertrieben. Und wurden auch alle hochwertig verarbeitet. Die Qualität der Teile ist also sehr, sehr stark. Ein paar Sachen sind mir aber eben ein bisschen zu eigen. Wie die fehlenden Bauchtaschen, die fehlenden Taschen für das Heck bei der Hose. Aber das sind keine versteckten Mängel in dem Sinne, sondern offensichtliche Designentscheidungen. Kleinigkeiten wie die Position des Kantenschutzes und dass der etwas breiter hätte sein können. Dass es einen Hook für die Beinabschlüsse geben hätte können. Das sind alles keine Riesenthemen, aber dürfen natürlich auch nicht unter den Tisch fallen, wenn man das bewerten möchte. Das Design kann ich natürlich nur subjektiv bewerten. Mir gefällt die Kombination optisch relativ gut. Ist nicht das schönste der Welt und sehr schlicht, aber absolut in Ordnung. Mir gefallen die Farben sehr gut. Die Regie beispielsweise findet die Farben nur so lala. Ist also Geschmackssache. Ab sofort gibt es bei den Tests immer entsprechende Bewertungskategorien, damit ihr da über die längere Zeit mit mehr Testberichten auch eine bessere Vergleichbarkeit habt. Deshalb gibt es für das Produktdesign 8 von 10 Punkten. Für Funktionalität 9 von 10 Punkten. Für Qualität 9 von 10 Punkte. Nachhaltigkeit 8 von 10 Punkte. Preis 7 von 10 Punkte. Macht zusammen also 41 von 50 Punkten. Wenn euch der Testbericht gefallen hat, dann freut euch auf jeden Fall schon mal auf die nächsten Wochen. Nächste Woche haben wir einen brutal spannenden Kocher im Test. Die Woche drauf gibt es dann aus dem Hause Salewa einen interessanten Schuh im Test. Und dann gibt es nochmal was ganz Spannendes die Woche drauf. Bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.